Anton Tschechow, Pech, Ilya Sergej Spevlov und seine Frau Kleopatra Petrovna standen an der Tür und lauschten mit der größten Anspannung. Hinter der Tür, im kleinen Saal, bahnte sich offenbar eine Liebeserklärung an, und zwar zwischen ihrer Tochter Nataschenka und Schubkin, Lehrer an der Kreisschule. »Er beißt an«, flüsterte Pevlov. Vor Ungeduld bibberte er und rieb sich in einem fort die Hände. »Pass auf, Petrovna, sobald Sie von Gefühlen reden, nimmst du sofort das heiligen Bild von der Wand und wir gehen rein und segnen Sie. Wir überrumpeln Sie. Das Segnen mit dem Bild ist etwas Heiliges. Da kommt nichts dagegen an. Da kann er sich nicht mehr herausreden. Und wenn er vors Gericht zieht...« Hinter der Tür entspann sich unterdessen das folgende Gespräch. »Bitte keine Extratouren«, sagte Schubkin und strich an seinen karierten Hosen ein Streichholz an. »Ich habe Ihnen keinerlei Briefe geschrieben.« »Aha, als ob ich Ihre Handschrift nicht kennen würde«, rief das Mädchen lauthals lachend. Dann kreischte sie ein paar Mal affektiert auf und warf mehrmals einen Blick in den Spiegel. »Ich habe es gleich erkannt. Und wie seltsam Sie sind, will Schönschreiblehrer sein und macht ein solches Gekrakel. Wie bringen Sie denen das Schreiben denn bei, wenn Sie selbst so miserabel schreiben?« »Ähm, das hat nichts zu sagen. Das Wichtigste beim Schönschreiben ist nicht die Schrift, sondern dass die Schüler keinen Unfug machen. Da kriegt dann der eine mit dem Lineal eins über den Kopf und der andere muss knien. Was soll da die Schrift?« »Tummes Zeug.« »Nekrassov war ein Schriftsteller, aber es tut einem weh zu sehen, wie der geschrieben hat. In den gesammelten Werken wird seine Schrift gezeigt.« »Nekrassov ist Nekrassov, aber jetzt geht's um Sie!« Sie seufzte. »Einen Schriftsteller würde ich mit Vergnügen nehmen. Er würde mir immer Verse schreiben, zur Erinnerung. »Verse kann ich Ihnen auch schreiben, wenn Sie es wünschen.« »Worüber würden Sie denn schreiben?« »Über die Liebe, über Gefühle, über Ihre Augen. Wenn Sie die lesen, wird es Ihnen ganz anders. Da kommen Ihnen die Tränen. Und wenn ich Ihnen poetische Verse schreibe, darf ich Ihnen dann die Hand küssen?« »Ja, was ist das schon? Das können Sie gleich haben.« Tschubkin bekam Stilaugen, sprang auf und beugte sich zu ihrem molligen, nach Toilettenseife duftenden Händchen herab. »Das Bild!« mahnte Peplov und stieß seine Frau mit dem Ellenbogen an. Er war bleich vor Aufregung und knöpfte sich die Jacke zu. »Los! Na los!« Ohne noch einen Augenblick zu zögern, öffnete er weit die Tür. »Kinder!«, murmelte er, hob die Hände und blinzelte, da ihm die Tränen kamen. »Nehmt Gottes Segen, meine Kinder! Lebet! Seid fruchtbar und mehret euch!« »Auch ich! Ich segne euch auch!«, ließ sich das Mamachen vernehmen und weinte vor Glück. »Seid glücklich miteinander, meine Lieben! Ach, sie nehmen mir meinen einzigen Schatz!«, sagte sie zu Schubkin gewandt. »Bringen sie ihr ihre ganze Liebe entgegen! Haben sie Mitleid mit ihr!« Vor Verwunderung und Schreck blieb Schubkin der Mund offen stehen. Die Attacke der Eltern kam so überraschend und war so kühn, dass er kein Wort herausbrachte. »Reingefallen! Eingeseift!«, dachte er und verging vor Angst. »Das ist das Ende, mein Lieber! Da kommst du nicht mehr raus!« Und gehorsam neigte er den Kopf, als wollte er sagen, »nehmt mich! Ich gebe mich geschlagen!« »Ich segne euch!«, sprach das Paparchen weiter und begann ebenfalls zu weinen. »Nataschenka, meine Tochter, stell dich daneben! Petrovna, reich mir das Bild!« Im gleichen Moment aber hörte er schlagartig aufzuweinen und Wut verzerrte sein Gesicht. »Tollpatsch!«, fuhr er seine Frau wütend an. »Wo hast du deinen Kopf? Soll das etwa das Heiligenbild sein?« »Ach, ihr liebsten Heiligen alle!« Was war geschehen? Schüchtern hob der Schönschreiblehrer den Blick und sah, was ihn gerettet hatte. In der Eile hatte das Mamarchen statt des Heiligenbildes das Porträt des Schriftstellers Laschetnikov von der Wand genommen. Und so standen nun der alte Peplov und seine Gattin Kleopatra Petrovna mit dem Porträt in der Hand da und wussten in ihrer Verwirrung nicht, was sie tun und was sie sagen sollten. Der Schönschreiblehrer aber nutzte die Gunst des Augenblicks und verschwand. Verschwand.